Beim Mini-Fun-Event konnten sich rund 30 Kinder, die sich auf dem Platz neben der Halle am Huderbach getroffen haben, ein paar Stunden lang in verschiedenen Actionsportarten ausprobieren. Frank Düwel vom Kulturhof Hude wies die Kinder zu Beginn der sportlichen Veranstaltung ein. Dann liefen die Kinder auseinander, um sich aus den angebotenen Inlineskates, Rollern, Waveboards, Longboards oder Balanceboards ihr Lieblingssportgerät auszusuchen. Mitgebracht hatte das Equipment ein zweiköpfiges Team von der Skateschule Mund-M-Sports aus Bremerhaven. Die beiden 18-Jährigen Dennis Sannin und Leon Herbst hatten sich für die Kinder verschiedene Spiele und Geschicklichkeitsparcours ausgedacht, halfen beim Aussuchungen und Anpassen von Helmen und Schützern und standen für Fragen bereit. Immer wieder konnten die Kinder auch ihr Sportgerät wechseln und sich erklären lassen, wie sie sich am besten beispielsweise auf einem sogenannten Balanceboard fortbewegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017